Wir kommen zu Tipp Nummer 3. Mein Tipp Nummer 3 ist, hervorragende und realistische Fotos zu erstellen. Es ist so, wenn ich eine Immobilie suche, ich gehe in irgendein Portal rein, ich gebe meine Kriterien ein und dann kriege ich eine Trefferliste. Das erste, was ich sehe, ist dieses erste Bild, dieses Vorschaubild. Das muss in der Regel das beste Bild sein, das schönste, das am meisten aussagt, das muss einfach der Catcher sein. Weil das ist nämlich das, womit ich die Leute erstmal überhaupt dazu kriege, mein Inserat zu öffnen. So, daher ganz wichtig. Nummer 2 ist dann dabei wirklich, wir machen das meistens so, also je nach Objektgröße und je nach Aufwand haben wir einen Fototermin dabei. Wir präparieren teilweise, teilweise auch nicht. Muss man schauen, wie das möglich ist. Am besten ist ein Fototermin ohne Mieter oder ohne Bewohner dabei zu haben. Ganz persönliche Sachen immer wegnehmen oder später nachher herausretuschieren. Einige haben ja persönliche Bilder an den Wänden und wo auch immer stehen und Fotos von sich und so weiter. Das darf man nicht veröffentlichen, ganz wichtig. So, Weitwinkelobjektiv nehmen mit Stativ, eine vernünftige Kamera. Dann habe ich immer noch das Problem mit Fenstern. Ich habe Tageslichtabhängigkeit. Da gibt es auch viele Tricks für. Es gibt einiges an Software, aber eigentlich ist die Technik in der Kamera oder mit dem, wie man es filmt. Daher am besten mit einer vernünftigen Kamera, mit einem Stativ HDR-Fotos aufnehmen. HDR sind im Prinzip, ich mache ein Foto, also ich stelle meine Kamera auf die Position. Ich mache mein Foto Nummer 1 mit der Normalbelichtung. Foto Nummer 2 stark unterbelichtet. Foto Nummer 3 stark überbelichtet. Und die drei lege ich übereinander. Und damit habe ich diesen Effekt zum Beispiel, wenn man schon was probiert hatte, einfach, ich habe eine weiße Wand. In der Mitte habe ich ein Fenster und da steht die Sonne drauf. Wenn ich meinen Fokus da drauf lasse, das Fenster ist entweder stark überbelichtet oder stark unterbelichtet. Je nachdem, ob ich meinen ISO-Wert am Fenster ausrichte oder an der Wand. Das kann ich mit diesem HDR-Modus immer ausschließen. HDR können auch Handys. Handyfotos, ja, für einen Schnappschuss reichen die auch alle mal. Ich habe auch schon mehrere Objekte gesehen gehabt, die per Handys fotografiert werden. Kann man machen, ist nicht unser Anspruch. Also unser Anspruch ist ganz klar, wir machen extra Fototermine, die gehen teilweise drei, vier Stunden. Je nachdem, wie viele Objekte, wie viele Wohnungen, wie viele Außenanlagen, wie viele Fläche ich dabei habe. Ganz klar ist immer wichtig, immer Außenansicht muss immer dabei sein. Fassade, einmal Straßenanlage, einmal rückseitig, wenn man es hinkriegt, je nachdem. Dann am besten mehrere Wohnungen. Ja, die Kameras, man sagt immer, die schlucken viel Licht. Das heißt, ich brauche am besten mal externe Lichtquellen. Auf keinen Fall Blitz nehmen. Blitz hat, der ist sehr, sehr stark und gibt auch daher sehr, sehr starke Schatten ab. Das gibt so ein sehr unnatürliches Licht. Es gibt also besser irgendwie Ausleuchten mit Leuchtmitteln, die man hat. Alle Lappen mal voll aufdrehen, die man in den Räumen hat. Weil man sagt immer, Kamera, die schluckt Licht. Größte Herausforderung bei den Aufnahmen ist in der Regel das Badezimmer. Man hat nicht selten, ich sage mal so ein Gäste-WC, zwei Quadratmeter, dass man sich gerade hinsetzen kann, Waschbecken vor sich hat und wieder rausgehen kann. Sowas zu fotografieren ist immer sehr schwierig. Das geht natürlich immer nur mit extremen Weitwinkeln, mit einem 16er oder einem 14er Weitwinkel nur drauf. Ja, wichtig ist noch Farbe und Helligkeit zu wählen. Am besten, wenn es geht, den Termin bei bewölktem Himmel. Nicht direkte Sonne vermeiden oder am besten Regen vermeiden. Und dann möglichst, wenn man vernünftige Bilder hat, einmal ein bisschen aufarbeiten. Wobei das Aufarbeiten ist bei uns fast gar nicht vorhanden. Wir machen die HDR-Fotos, damit wir dieses dynamische Bild halt mit herstellen können. Nachher machen wir fast gar nichts. Also wir machen keine Farb mehr, wir lassen das Bild einfach danach nur noch pur. Weil, was auch wieder ganz schlecht ist, ist, wenn man das Ganze überdreht und ich unnatürliche Bilder kriege, wo wirklich too much drin ist. Wo die Leute hinkommen und die erwarten ein Schloss und die kriegen ein Abbruchreißer weg. Jetzt ganz übertrieben gesagt. Das heißt also, da würde ich echt immer aufpassen, dass man realistisch bleibt. Daher gehen wir auch hin und wir haben keine große Nachbarkeit dabei. Was wir noch ein bisschen gucken, ist, wir machen so ein bisschen Story-mäßig. Das heißt, ich gucke mir das Haus von außen an. Dann gehe ich durchs Treppenhaus. Dann gehe ich in die Wohnung 1. Dann gehe ich in die Wohnung 2. Und in den Wohnungen gehe ich zuerst im Flur. Dann gehe ich in die Küche. Dann bin ich, weiß nicht, von mir aus, im Kinderzimmer. Dann bin ich im Gäste-WC. Dann bin ich im Schlafzimmer, dann bin ich im WC. Also das heißt, wir versuchen auch die Reihenfolge der Bilder so ein bisschen, so wie eine Chronologie hinzustellen. Und was auch noch ganz cool ist dabei, oder was vielleicht sinnvoll ist, ist nicht ganz wichtig, aber gehört irgendwie dazu, Bilder nach Wirklichkeit auch benennen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, weiß nicht, von der Kamera heißen ja irgendwie, mit einer Nummer oder sowas dabei. Es ist immer schöner, wenn man dann halt sieht, zum Beispiel, weil nicht Wohnung, EG links, Flur oder sowas. Das weiß man direkt zuzuordnen. Man weiß im Exposier dann direkt, wo man dran ist. Daher, Werd, also mein Tipp Nummer 3 ist, ganz wichtig, schöne, aber realistische Bilder zu schießen, die das Objekt, Werd, ich möchte es verkaufen, also die soll das Objekt schon schön präsentieren, aber nicht too much. Weil dann habe ich das Problem, es kommen Leute hin, die erwarten was anderes, als das sie kriegen und die gehen wieder. Das ist Zeitverschwendung für mich und für den Interessenten, ist für keinen was gewonnen. Ja, soviel zu Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 4 kommt auch noch.